Ich habe mir dann den zugelegt und da wollte ich auch alles von Berg, also kein Tuning oder irgendwas, das Ding sollte von Berg 300 laufen. Ja, das Fahrgefühl, das ist, also man braucht auf jeden Fall Eier in der Hose, weil es ist eine Fahrmaschine, ist kein halt weichgekochtes, so wie ein Audi, da ist kein ESP oder was, was dich quasi nochmal schützt. Du musst das alles selber machen. Man muss mal einsteigen und wenigstens mal Beifahrer sein, ansonsten, das kann man nicht erklären. Joachim 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 Untertitelung des ZDF, 2020